Moin Moin, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Wir melden uns mit unserem Rautenperle Talk bei euch und das mit vielen verschiedenen Themen. Der 1-0-Sieg gegen Bochum, die Tabellenführung, das neue Klima, der DFB-Pokal und, und, und. Wir melden uns gleich wieder und dann mit einem Gast, der mir schon gegenüber sitzt. Bis gleich. Da sind wir wieder. Moin Moin, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Ja, der HSV gewinnt zu Hause 1-0 gegen Bochum am dritten Spieltag. Der erste Heimsieg, der zweite Saisonsieg. Sieben Punkte aus drei Spielen. Eine Ausbeute, die ganz ordentlich ist und die vor allem auch dazu gereicht hat, die Tabellenspitze zu erklimmen und sogar zu behalten. Das Wochenende wurde danach noch ein wenig gezittert, aber am Ende steht der HSV ganz oben. Und mir gegenüber sitzt jemand, der gegen seinen Ex-Klub gespielt hat und in einer Statistik auch ganz oben war. Und zwar hatte er die besten Zweikampfwerte. Ich frage gleich mal nach, ob es vielleicht an einer besonderen Form der Motivation lag. Jan, Damra, schön, dass du da bist. Oh, danke schön. 65 Prozent Zweikampfquote gegen einen Ex-Klub. Da ist nochmal ein bisschen Adrenalin mit im Spiel gewesen, glaube ich. Wenn der Ex-Klub kommt, dann ist nochmal ein bisschen mehr drin, oder? Ja, klar. Auf jeden Fall. Es war ein besonderes Spiel für mich. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Die Anspannung vor dem Spiel war auch ein Anreiz sonst. Und umso glücklicher bin ich natürlich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, brutal natürlich. Das ausgerechnet dann auch noch, du machst die besten Zweikampfwerte. Und der Torschütze, der Siegtorschütze ist der andere Bochumer, Lukas Hinterseher. Also da habt ihr euren Ex-Kollegen ganz böse wehgetan an dem Abend, oder? Ja, ich glaube, besser jetzt nicht laufen können für uns. Klar, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, wir beide. Ja, und schöner Abend. Wir waren danach noch in der Kabine bei den alten Kollegen. Die waren natürlich nicht so gut gelaunt, aber ein schöner Abend für uns. Ja. Musstest du dir ein paar Frötzeleien anhören danach noch, oder konntest du die ein bisschen frötzeln nach dem Sieg? Ja, klar konnte ich die ein bisschen ärgern. Ja, wir waren jetzt im ersten Moment nicht so glücklich darüber, dass ich dann noch in die Kabine kam, als Gewinner. Wollten sie dich wieder rausschicken, oder? Ja, also, spaßeshalber, glaube ich, so ein paar Sprüche damit kommen. Aber klar, wir haben uns gefreut, uns wiederzusehen. Für mich war das Wiedersehen in erfreulicher als für die anderen. Aber es war wieder schön, alte Kollegen zu sehen. Gab es im Vorfeld eigentlich irgendwie, habt ihr da so ein, zwei Wetten gehabt? Hast du mit irgendwelchen Leuten da so, keine Ahnung, so eine spaßige Geschichte mit? Wer verliert, muss dem anderen das Auto putzen, oder? Nee, Wetten haben jetzt keine abgeschlossen. Klar hatten wir schon Kontakt zueinander. Da gab es auch den einen oder anderen Spruch wie, trau dich um. Und ja, der Basti Meier wurde dann im Interview vom VfW Bochum auch gefragt, wen er denn lieber tunnen würde im Spiel. Den Luki oder mich. Hat dann gesagt, dass er mich lieber tunnen würde. Hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Ja, ein paar Jokes vor dem Spiel gehabt, aber Wetten haben jetzt keine abgeschlossen. Ihr seid jetzt Tabellenführer. Der Trainer wurde gefragt, wie wichtig ihm sowas ist. Ich glaube, das tut eigentlich jedem gut, aber man weiß es auch noch ganz gut anzuschätzen. Nach dem dritten Spieltag ist das noch nicht allzu außergekräftet. Klar, es ist schön, wenn man dann auf die Tabelle schaut und sieht, dass man ganz oben steht. Aber wie du schon sagst, es ist erst der dritte Spieltag. Können wir uns am Ende der Saison nichts von kaufen, dass wir nach dem dritten Spieltag ganz oben standen. Aber wir wollen jetzt so weitermachen. Wir wollen jetzt nächste Woche in Karlsruhe gewinnen und dann schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Da kommen wir gleich zu. Karlsruhe ist ein ganz unangenehmes Spiel, glaube ich. Hast du gestern ein Spiel gesehen? Kiel gegen Karlsruhe? Ja, ich habe die Konferenz geschaut, aber ich habe mir jetzt nicht 90 Minuten KSC gegen Kiel angeschaut. Ich habe jetzt auch nicht die komplette Konferenz über 90 Minuten geschaut. Ich habe dann irgendwann ausgeschaltet und wollte mal was anderes machen als Fußballschauen. Was machst du, wenn du was anderes machst? Gestern zum Beispiel war ich bei meiner Familie, habe meine Eltern besucht. Ja, dann genieße ich die Zeit mit denen. Mein Vater schaut auch gern Fußball, deshalb haben wir dann zusammen die Konferenz geschaut. Aber dann irgendwann haben wir dann auch ausgemacht und haben Tee getrunken, haben uns einfach mal über andere Dinge als Fußball unterhalten. Und ja, das wird auch immer wieder ganz gut. Ja, aber das heißt, du warst nicht in Hamburg, sondern ihr wart dann in Bochum oder wo? Nein, meine Eltern wohnen bei Hannover. Bei Hannover, ach so, das ist ja um die Ecke. Ja, ist nicht so weit. Ja, siehst du, dann hast du einen kurzen Weg gehabt. Und dein Vater, ist er zufrieden mit dir? Ist er zufrieden mit deinen Leistungen? Ja, natürlich sagt er immer, dass es noch besser geht. Aber er freut sich jetzt erstmal darüber, dass wir ganz gut in die Saison gestartet sind und vor allem, dass ich gesund bin. Ja, du hast ja auch, also ich habe, kann man da ehrlich sagen, ich habe im ersten Spiel gegen Darmstadt, habe ich dich nicht so stark gesehen. Da fand ich dich sehr verhalten. Das wirkte so, als ob du da irgendwie dich erstmal rantasten musstest. War da eine Nervosität noch im Spiel bei dem ersten Spiel hier gegen Darmstadt? Ja, ich würde schon sagen, dass eine gewisse Nervosität schon dabei war bei dem ersten Spiel. Klar, es ist das erste Saisonspiel, neuer Verein, neues Stadion, alles irgendwie ein bisschen neu. Und so, ja, also dass ich besser spielen kann, das weiß ich. Hast du gezeigt, gegen Borum. Da warst du schon, in Nürnberg auch, muss man auch sagen. Ja, klar, also das ist auch mein Anspruch, besser zu spielen. Deshalb war ich auch nicht absolut zufrieden mit dem Spiel gegen Darmstadt. Wo sind wir denn jetzt? Bei wie viel Prozent bist du deiner Meinung nach? Wie viel Prozent kann man noch rauskitzeln bei dir? Jetzt hier eine Zahl rauszauern ist schwierig, glaube ich. Also ich denke schon, dass ich da noch ein paar Schritte machen kann. Also ich kann mich noch entwickeln, davon bin ich überzeugt. Und deshalb bin ich auch hergekommen. Ich denke, dass ich mich im Spiel nach vorne noch deutlich verbessern kann. Flanken und auch selber Torgefahr kreieren oder ausstrahlen. Das ist schon das, woran ich noch arbeiten möchte. Mutiger werden, oder? Ja, auch. Das gehört dann auch dazu. Mehr Torgefahr ausstrahlen. Ich habe gesehen, im Training habt ihr Torschussübungen gemacht. Da hast du mit links abgezogen. Und die Leute haben wirklich gedacht, das wäre dein starker Fuß. Im Spiel sieht man dich mit links eigentlich fast gar nicht, dem Beispiel. Liegt auch an der Seite, auf der du spielst. Ja, also ich habe auch schon von ein paar Kollegen gehört, schieße lieber mit links. Das kannst du besser als mit rechts. Ja, mein Bist der einzige Tor habe ich auch mit links geschossen. Also eigentlich habe ich das früher auch öfter gemacht, dass ich dann nach hinten gezogen bin, mit links abgeschlossen habe. Das kann man ja ganz gut, wenn man dann von rechts kommt. Ja, das könnte ich auch wieder häufiger machen. Ja, das ist ja so die Sonny Kittel, eine Karte in der Reihe, von außen in die Mitte ziehen, abziehen. Hier hängt auch noch ein Trikot von Holgen Winsson. Der hat das übrigens in Hamburg mehr oder weniger perfektioniert. Ja, der hat das aber, der hat wirklich nach jedem Training, hat er sich 20 Bälle genommen und ist die Linie runter und irgendwann in die Mitte gezogen, hat er abgezogen. Okay. Und dann aber von beiden Seiten und Papa stand am Rand dazugeguckt. Echt? Ja, ja. Also ist das auch was für dich, so nach dem Training nochmal gewisse Dinge einschieben? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mit dem Trainerteam so abgesprochen und ja, einer der Co-Trainer oder manchmal auch beide Co-Trainer bleiben dann auch mit draußen. Und zurzeit üben wir dann immer Flanken. Ja. Ja, ist auch ganz wichtig für meine Position. Also Flankenläufe oder Flanken an sich nur? Ja, beides. Also den Ball, also Diagonalbeispielen, den gut verarbeiten, mitnehmen und dann reinflanken. Ja. Der Vergleich mit Dennis Dickmeyer, der wurde ja oder wird gerne mal gezogen, weil ihr beide sehr schnelle Außenverteidiger seid. Hast du, siehst du irgendwelche Parallelen von dir zu Dennis Dickmeyer, sportlich? Also ich habe es jetzt auch schon des Öfteren gehört, seitdem ich in Hamburg bin. Ja, ich glaube, wir sind beide schnelle Spieler. Ja, deshalb kann das schon ein bisschen passen. Ich weiß nicht, sonst... Ich glaube, er ist mehr gradliniger als ich. Du hast mehr Tore als er. Du wirst auch dein Leben lang immer mehr Tore haben, als er jetzt schon, weil er wird nie anschießen. Die Wette habe ich mit ihm laufen. Ja, die verdoppelt sich jetzt schon seit sechs Jahren. Wir machen immer doppelt oder nichts und er kriegt immer wieder Aufschub, aber er trifft ja nicht. Dafür bereitet er natürlich ganz gut Tore vor. Das hat er auch ganz gut hingekriegt. Er hat auch eine gute Rückrunde gespielt mit Sandhausen. Ja. Und ihr seid beides sehr positive Typen. So vom Auftritt her. Der Trainer meinte ja zwischendurch schon mal, das sei vielleicht so etwas noch zu naiv, zu jung. Er würde sich manchmal etwas mehr Ernsthaftigkeit wünschen. Aber man kriegt das mit. Das ist ja keine Naivität hier, sondern es ist einfach nur freundliches Lächeln, oder? Du bist ein positiver Typ. Ja, ich bin ein positiver Typ auf jeden Fall. Gerade so die lange Verletzungszeit, die ich durchgemacht habe, das hat mir einfach gezeigt, dass es einfach mehr Sachen gibt als nur den Fußball. Das Leben ist einfach so schön und ich genieße das Leben und ich bin so dankbar für mein Leben. Und ja, ich bin so froh hier zu sein, meiner Freundin hier zu sein. Sie fühlt sich auch mega wohl hier. Und ja, ich kann schon verstehen, dass der eine oder andere das vielleicht dann mal falsch interpretiert und denkt, dass ich das alles nicht so ganz ernst nehme oder mir alles scheißegal ist. Und da muss ich vielleicht dann auch das ein oder andere Mal in meiner Körpersprache noch ein bisschen arbeiten. Aber ja, ich nehme das alles total ernst. Ich bin mir dessen bewusst, was wir hier für eine Aufgabe haben. Aber trotzdem bin ich einfach glücklich drüber, hier sein zu dürfen und freue mich einfach über alles eigentlich. Du hast es eben gerade selber angesprochen. Du hast ja nun auch schon eine ganz schön schwierige Phase gehabt. 2013, glaube ich, war das. Du hattest so eine Charme, nennst du noch eine sehr langwierige. Du bist dann, wie lange? Insgesamt anderthalb Jahre fast raus gewesen, mehr oder weniger? Ja, also es hat sich insgesamt über fast drei Jahre gezogen. Ich war dann immer wieder im Training, dann wieder draußen. Und dazwischen gab es da mal Zweifel, dass man sich vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt hat? Dass man vielleicht doch lieber was anderes noch machen muss? Auf jeden Fall, weil ich habe zwischendurch auch mal ein Jahr gar nichts gemacht. Und nach dem Jahr fing ich dann wieder an in der Reha und dann ging ich raus auf den Platz, fing an zu laufen. Und plötzlich war der Schmerz genauso wieder da wie ein Jahr davor. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, ich habe jetzt ein Jahr nichts gemacht, ein Jahr meinem Körper Ruhe gegeben. Wie kann das sein, dass der Schmerz immer noch da ist? Vielleicht soll das alles nicht. Aber die Zweifel sind dann aber auch immer schnell wieder verflogen, weil ich wollte unbedingt wieder Fußball spielen. Und ich habe einfach keinen Grund gesehen, warum das nicht klappen sollte. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich versuche jetzt alles, bis mein Vertrag ausläuft. Der lief 2016 im Sommer aus und will mir da einfach nichts vorwerfen, dass ich nicht alles versucht hätte. Und ja, dann glücklicherweise 2016 im März waren dann die Schmerzen wieder weg. Dann hatte ich im März, April, Mai die verantwortlichen Bochum davon zu überzeugen, dass ich doch für einen Profifußball gemacht bin. Und von meiner Qualität war man auch überzeugt im Verein. Es ging halt nur darum, ob ich wirklich stabil sein kann. Und ja, dann hat man mir einen Einjahresvertrag gegeben nochmal. Und dann seitdem war ich dann aber auch stabil. Seitdem funktioniert es wieder. Und jetzt der nächste Schritt, HSV, du hast es eben selber gedacht, der nächste Schritt. Wo sollen denn die nächsten Schritte dich noch hinführen? Was ist denn, hast du so einen Karriereplan? Hast du so einen Plan, was für dich noch zu erreichen ist? Nee, also ich habe mir jetzt nicht ausgemeilt, dass ich in zwei oder drei Jahren dann da und da bin. Sondern für mich geht es jetzt in dieser Saison darum, viele Spiele zu machen, vor allem gesund zu bleiben und besser zu werden. Die Schritte will ich gehen. Was ich schon gesagt habe, ich will mehr Torgefahr ausstrahlen. Ich will mehr Vorlagen haben. Vielleicht das ein oder andere Tor schießen, das wäre auch schön. Denn ja, das sind so meine Ziele für die nächsten Wochen, Monate, für die kommende Saison. Ja, also immer kurzfristige Ziele setzen und dann von Woche zu Woche. Ja, also das ist ja das, was der Trainer sagt. Das nächste Spiel ist ja immer das Schwerste. Ja, ich finde sowieso, also im Fußball, was sollen wir da schon planen können? Also das ist echt schwierig. Ja, du siehst es ja auch in deiner Mannschaft. Du hast ja noch jemanden in der Mannschaft, der gerade nach fast einem Jahr Pause wieder zurückgekehrt ist mit Rairo Samperio. Da kannst du, glaube ich, dich ganz gut reinversetzen, auch in seine Situation, oder? Ja, klar. Wir haben jetzt auch in der letzten Woche schon einmal nach dem Training kurz drüber gesprochen, dass man erst nach solchen Phasen wirklich das alles anders sieht. Und irgendwo ist es schon traurig, dass man erst durch so eine Scheißzeit gehen muss, um wirklich zu erkennen, dass es mehr im Leben gibt. Und das ist echt verrückt, weil jeder, der wirklich mal so eine lange Verletzung durchgemacht hat, sagt danach, okay, ja, Fußball, Fußball und ich will unbedingt spielen, ich will unbedingt gut spielen, ich will alles perfekt machen. Aber nach dieser Zeit sagt man dann, okay, ja, man hat trotzdem den Anspruch, alles gut zu machen. Aber man ist trotzdem glücklich darüber, dass man überhaupt gesund ist und man legt den Fokus vielleicht mehr darauf, gesund zu sein und weiß alles ein bisschen mehr zu schätzen. Ja, genau, man lernt Dinge neu wertzuschätzen wahrscheinlich. Und das ist bei dir natürlich dann durch eine ziemlich harte Zeit so entstanden. Und dennoch habe ich auch das Gefühl, dass so diese Stimmung, die du jetzt hier mitbringst, dass du halt sagst, das hat dich nochmal geerdet, du weißt, was du hast am Fußball und du weißt, wo du hin möchtest und gehst jetzt so Schritt für Schritt das Ganze. Das ist so eine Mentalität, die ich auch irgendwie ausgemacht habe bei euch in der Mannschaft insgesamt. Es sind ja so von den Typen her auch ähnliche Leute dabei. Also Sonny Kittel, du bist da ein Kind, Zombie, also alles Leute, die zweite Liga schon gespielt haben, die es kennen, die aber das Potenzial haben, auch mehr zu schaffen und die auch unbedingt mehr schaffen wollen. Ist das wirklich so der Kern eurer Mannschaft, diese Stimmung, dass man sagt, also Leute, wir wissen alle, was wir können und jetzt müssen wir es auch mal zeigen? Ja, also ich finde schon, dass man spürt, dass wir so eine Stimmung in der Mannschaft haben, dass alle wollen, alle wollen sich verbessern, alle wollen erfolgreich sein, alle geben im Training Gas, alle geben im Spiel Gas, damit wir erfolgreich sind. Und da gibt es jetzt keinen, der sich hängen lässt oder sagt mal, hey, heute mal ein bisschen ruhiger, müde, sondern... Was passiert denn mit einem, wenn er es mal macht? Gute Frage, weiß ich nicht. Gab es noch nicht? Da habe ich jetzt noch nicht erlebt. Okay. Deshalb, keine Ahnung, was dann passieren würde. Aber ich glaube, wir haben da genug Spieler, die den dann ein bisschen wachrütteln würden. Ja. Wie ist denn die Stimmung nach dem Bochum-Spiel bei euch in der Kabine gewesen? Ich meine, na gut, du warst in einer anderen Kabine. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, ich war eigentlich nach dem Spiel direkt nicht in der Kabine. Ich war 45 Minuten später erst in der Kabine und dann waren auch gar nicht mehr so viele da. Aber die, die dann noch in der Kabine waren, hatten echt gute Laune und es lief laute Musik. Und ja, die wenigen Spieler, die noch da waren, waren echt glücklich. Wer ist der Musikminister bei euch? Heute ist er weg. Du, Ziak? Nee, oft ist es der Rick. Rick, fahr doch mal hin. Und was haut er euch rein? Ja, der hört alles. Der hört freiwillig. Manchmal ist es gar nicht so schlecht und manchmal ist es die Schönernungsbedürfung. Die Schönernungsbedürfung. Die Schönernungsbedürfung. Aber gerade ihn, du sprichst ihn an, mit 20 Jahren Kapitän beim HSV, der jüngste Kapitän seit ewigen Zeiten. Auch ein Typ, der, glaube ich, einer von denen wäre, der aufpasst, dass sich keiner hängen lässt, oder? Ja, gehe ich von aus auch. Kann ich mir gut, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, Tabellenführung, Ziel ist klar, der HSV möchte natürlich gerne wieder in die erste Bundesliga. Du sagst, du hast jetzt keine langfristigen Pläne, aber der Erstliga-Fußball ist, glaube ich, schon das, was dir für die nächsten Jahre noch vorschwebt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder strebt nach dem Höchsten und wenn ich sage, ich will mich weiterentwickeln, ich will besser werden, dann ist natürlich auch mein Ziel, irgendwann mal in der ersten Liga zu spielen. Das wäre mein absoluter Traum und mein absoluter Wunsch und deshalb gebe ich Gas. Ja. Was hättest du gemacht, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst, wenn es damals dann doch schief gegangen wäre? Also in der Zeit hatte ich halt überlegt, zur Polizei zu gehen, also das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Oder ich wäre nach Köln gegangen, in die Sporthochschule. Da habe ich jetzt auch einen Kumpel, der da studiert und der ist auch mega glücklich. Du studierst auch, oder? Ich mache Fernstudio. Zum, was ist das? Sport Business Management ist das. Ah, also willst du im Fußballbereich am Ende auch bleiben dann? Ja, also ich habe es jetzt nicht unbedingt gemacht, um da meinen Bachelor dann irgendwann zu haben und nach der Karriere dann Sportdirektor zu werden oder so, sondern erstmal ging es mir darum, die Zeit so ein bisschen zu nutzen, nebenbei was zu machen und ich habe einfach gemerkt, dass es mir auch ganz gut tut. Und halt nicht nur auf den Fußball fokussiert zu sein, ich glaube nicht fokussiert, aber nicht 24-7, nur an Fußball zu denken, tut mir schon gut und dann ab und zu mal abzuschalten, was anderes zu machen, ist auch echt hilfreich, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich den Bachelor mache, natürlich wäre es ganz gut und dann... Wie weit bist du denn? Okay, Frage zurückgezogen oder die wir zurückziehen, die Frage? Moment, Schnitt müssen wir rausgeschnitten werden. Ja, ob es rausgeschnitten werden, nein. Also ich habe jetzt vor, meine nächste Klausel im September zu schreiben, aber ich muss sagen, ich mache echt sehr langsam. Ja gut, du hast ja auch noch ein paar Jahre Fußball vor dir, du kannst das ja neben die aktive Karriere legen und so. Aber dann bist du ja gar nicht dieser typische... Oder spielst du auch Playstation und so? Ja doch, also ich bin jetzt kein Streber und der Musterstudent, der zu Hause dann vorm Training kommt und sofort lernt. Also ich habe auch, ich habe manchmal, manchmal habe ich Tage oder sogar eine Woche, da mache ich gar nichts, da schaue ich gar nicht in Vorlesungen rein und schreibe auch ein einziges Wort. Aber ich versuche schon regelmäßig was zu machen, aber klar, abends habe ich dann auch, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit zwei Kumpels, ja, wir spielen dann ab und zu abends dann auch mal online FIFA gegeneinander und ja, das macht auch mal ganz... Spielst du dich selbst dann auch, oder? Nee, da bin ich leider zu schlecht bei FIFA, das macht keinen Spaß. Echt? Wieso das denn? Ja, also bei FIFA 19 habe ich glaube ich 63 Punkte oder so. Von 100? Nee, das Beste sind 99. Aber das macht keinen Spaß, weil ich kann gerade so gerade auslaufen und ja, schießen, Flanken, passen, das macht alles keinen Sinn mit mir. Okay, und bei FIFA? Das war ein Scherz. Ich weiß. Nein. Hast du denn schon einen Beschwerdebrief losgeschickt? Ich meine, das kann ja nicht sein, dass sie dich da so unter Wert verkaufen. Oder steigt der Wert an? Ich kenne mich da echt nicht aus. Steigt der mit deinen Spielen auch so jetzt parallel? Ja, also es gibt so ein Online-Update, das kann man sich mal runterladen, dann passen die das so ein bisschen an an die aktuelle Leistung. Ja. Ja. Und? Hast du schon ein paar Punkte gesammelt hier beim Hasbro? Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt immer noch machen, weil jetzt kommt ja in einem Monat kommt schon das nächste FIFA raus, FIFA 20. Ja, ich weiß gar nicht. Aber weil mein Spiel halt so schlecht ist, schaue ich da auch gar nicht mehr rein, wie meine Werte sind, weil das lohnt sich einfach überhaupt nicht. Und deine Freunde spielen die ja auch nicht. Nein, die haben gar nichts am Hut. Wen spielst du denn? Welche Mannschaft hast du da? Ja, das sind die üblichen Bayern, Man City, Juventus, Turin, ja, die guten halt. Die sind jetzt bei FIFA 19 auch nicht ganz so gut. Okay, na gut, lassen wir FIFA 19 einfach mal raus, dann bleiben wir auch mal dabei, ist ein blödes Spiel. Völlig realitätsfremd das Ganze. So sieht es aus. Nein, aber für dich jetzt, du sagst gerade Studium, was ist denn für nach der Karriere bei dir geplant? Hast du da schon eine Idee? Ja, da mache ich mir auch häufiger Gedanken drüber. Also auf der einen Seite würde ich mega gerne im Fußball bleiben. Fußball ist einfach Fußball. Da hätte ich auch, also ich könnte mir so viele Sachen im Fußball vorstellen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, ob ich in zehn Jahren, ich hoffe, dass ich so lange noch spiele oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger, dann habe ich so lange Jahre im Fußball verbracht, ob ich dann wirklich noch im Fußball bleiben will, das weiß ich halt jetzt noch nicht. Und deshalb die Idee mit der Polizei habe ich jetzt auch noch nicht ganz über Bord geschmissen. Aber ja, ich weiß es noch nicht so ganz. Also darauf ausruhen, nach der Karriere, das wäre nichts für dich? Nee, also ich habe es ja erlebt, als ich dann so lange verletzt war. Und dann hatte ich ja auch zwischendurch ein halbes Jahr oder ein Jahr, hatte ich keine Verpflichtung. Das macht aber einfach keinen Spaß. Zu viel Zeit? Ja, also wenn man jeden Tag... Ist das immer noch so? Oder hat man als Fußballprofi eigentlich zu viel Zeit drumherum? Also wie ist das für dich? Ja, zu viel Zeit. Also ich würde sagen, man hat genug Zeit, noch was anderes zu machen. Das auf jeden Fall. Also wie zum Beispiel, sich irgendwie weiterzureden oder so. Dafür hat man auf jeden Fall genug Zeit. Es gibt ja noch ein paar mehr in der Mannschaft, die Fernstudien belegen. Also insofern, du bist da ja auch nicht ganz allein. Wie ist denn so die Stimmung an sich in der Mannschaft? Es sind nun wirklich elf Neuzugänge. Eventuell kommt der eine oder andere noch dazu. Jetzt hat der Trainer auch davon gesprochen, auf der Außenverteidigerposition nochmal was machen zu wollen und ganz vorne im Zentrum. Wie kommt sowas bei dem Spieler selbst an? Jetzt sprachen wir mehr über den Linksverteidiger, muss man dazu sagen. Die rechte Seite war nicht explizit Thema. Dennoch Außenverteidiger dazu. Und wie kommt das bei dir an, wenn du hörst, dass da noch Bedarf ist? Ist das erstmal so ein bisschen doof für einen, weil man denkt, so reiche ich nicht? Ja, also es geht ja darum, die Mannschaft zu verbessern. Wir wollen alle eine erfolgreiche Saison spielen. Wir wollen gewisse Ziele erreichen. Und ja, da kommt es uns nur zugute, wenn die Mannschaft versteckt wird. Und deshalb, ich glaube, es ist dann auch nochmal der Konkurrenzkampf, der dann entfacht wird. Und das macht halt jeden auch besser. Da kann sich keiner irgendwie ausruhen. Jeder muss Gas geben, weil er weiß, er hat einen im Nacken sitzen und kommt der Truppe nur zugute. Ja, und je mehr neu, desto besser, sagt ja auch der Sportvorstand, sei es und der Trainer auch, sei es für die Mannschaft, für die Stimmung insgesamt, weil man hier noch so eine negative Vorbelastung aus den letzten Jahren hat, weil es halt einfach von der Stimmung her natürlich immer weiter runterging. Man wurde nicht besser, sondern eher schlechter. Am Ende stieg man ab, man stieg nicht wieder auf. Hast du diese negative Grundhaltung, diese Skepsis bei den Fans, hast du die irgendwie mal gespürt oder hast du es bisher noch gar nicht so erlebt? Nee, diese negative Stimmung, von der ich jetzt schon häufiger was gehört habe, habe ich jetzt, seitdem ich hier bin, die zwei Monate noch nichts gespürt. Also ich muss sagen, seitdem ich hier bin, ist so eine neue Euphorie so ein bisschen entstanden, finde ich. Man spürt das, vor allem im Verein will jeder einfach anpacken, es erreichen. Und es gibt sicherlich noch viele, die vielleicht ein bisschen vorbelastet sind rund um den Verein, ein paar Fans wahrscheinlich. Aber ja, denen bin ich jetzt noch nicht begegnet. Also mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte bisher, die sind alle durchweg positiv und hoffen auf das Beste jetzt für die nächsten Monate. Ja, nun hattest du ja schon gute Trainer. Peter Nolgo habe ich gerade über dich einmal sprechen hören. Also insofern, der spricht ja auch nur gut über dich, obwohl du gar nicht so viel unter dem spielen konntest, aber hat dich ja zumindest als Menschen und so als Typ für die Mannschaft als sehr wichtig erachtet. Jetzt hast du Dieter Hecking als Trainer, also einen anderen Trainer als den, den du erwartet hattest, glaube ich, bei den ersten Gesprächen. Die ersten Gespräche waren mit Ralf Becker und Hannes Wolf. So, am Ende kam dann Sportvorstand Jonas Bolt und Trainer wurde Dieter Hecking. Wie erlebst du Dieter Hecking? Ist er so wirklich so ein bisschen wie der Papa der Kompanie, wie er rüberkommt, so als der Patron vorne, der vor euch steht? Ja, also man spürt schon, dass er schon viel erlebt hat und viel Erfahrung hat. Er ist einfach der Trainer. Man nimmt ihm das alles ab, was er sagt. Autoritätsperson. Wie sprichst du mit ihm? Trainer oder sie? Ja, ich habe bisher alle meine Trainer gesiezt. Aus Prinzip oder haben die auch das Du angeboten und du hast trotzdem gesiezt? Nee, also ist das wichtig zu sitzen? Nee, wichtig ist es, glaube ich, nicht. Aber ich habe es immer so gemacht, seit ich damals hochkam. Ich glaube, ich würde es auch vorbei. Bei einem Hecking, glaube ich, würde ich es nicht ausprobieren. Also ich würde einfach, solange er nicht explizit sagt, du darfst mich duzen, würde ich es, glaube ich, auch beim Siebel lassen. Ja, also jetzt nicht nur bei Hecking. Also ich bin auch bei keinem Trainer davor auf die Idee gekommen, ihn zu duzen. Ich weiß nicht, das ist für mich, seit ich damals zu den Profis hochkam, einfach normal gewesen. Weil damals, Herr Neuro, habe ich auch nur gesiezt und jeden Trainer danach habe ich gesiezt. War es probisch? Probisch war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das war auch im Jugendbereich. Im Jugendbereich durften wir auch viele Trainer duzen, das weiß ich noch. Wie das mit Haus probisch war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Er macht immer so den Eindruck, als ob er das sehr eng mit den Spielern zusammen macht. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, vom Typus her, er ist ja auch ein sehr geselliger Typ, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß es echt nicht mehr. Wer war denn die prägendste Trainererscheinung bislang in deiner Karriere? Ja, die Frage habe ich jetzt auch schon häufig gestellt bekommen. Und da tue ich mir immer schwer ein, das ist immer gemein, die man hervorzuheben. Ich glaube, jeder hat mich in einer gewissen Weise geprägt und mir der eine das mitgegeben, der andere das. Ich würde da jetzt keiner hervorheben. Ich würde immer sagen, Dieter Hecking, absolut. Das ist der mit Abstand beste Trainer, den ich jemals habe. Ja, also, es gibt da viele. Klar, Peter Neurau bin ich sehr dankbar, weil ich unter ihm mein Profidebüt gegeben habe. Gertian Felbeek bin ich sehr dankbar, weil ich unter ihm zum Stammspieler in der zweiten Liga geworden bin. Genauso wie Jens Rasieski auch. Robin Dutt hat mich dann noch mal weitergebracht. Also, da jetzt einen zu nennen und zu sagen, okay, der hat mir am meisten mitgegeben, das wäre, glaube ich, unfair den anderen gegenüber. Der Rüpel Robin Dutt, der Mann, der die gelbe Karte nach dem Spiel bekommt. Die erste, glaube ich, für einen Trainer im Volksparkstadion. Ich glaube nicht, ist so. Okay. Hast du das verfolgt so ein bisschen? Also, ich habe es nach dem Spiel nicht mitbekommen auf dem Platz, aber ich habe es dann natürlich gelesen, ja. Händest du diese Regel, ist die gut für den Fußball oder verkopft sie das Ganze wieder? Ja, also ich halte jetzt nicht so viel von der gelben Karte für Trainer. Ich finde vorher, die Jahre haben wir es auch immer irgendwie hinbekommen. Und klar, wenn sich ein Trainer dann komplett daneben benimmt und die Schiedsrichter durchbeleidigt oder was auch immer, dann schickt man ihn auf die Tribüne, wie es die Jahre davor war, und dann ist es okay. Aber jetzt hier gelbe Karten zu geben, vor allem dann noch, also ich weiß jetzt nicht, was die da genau gesprochen haben, aber es kommt ja immer mal wieder vor, dass ein Trainer da ein bisschen emotional wird, dann nach dem Spiel zum Schiedsrichter hingeht und dann ihm sprechen möchte. Und wenn er dann direkt dafür die gelbe Karte bekommt, ja, finde ich das ein bisschen traurig. Aber macht das so ein bisschen steril, das Ganze. Also man kommt nicht mehr ins Gespräch miteinander und hat so ein Miteinander, da kann man es übertreiben als Trainer, aber dann kriegt man einen Sonderbericht vom Schiedsrichter und hat auch seine Strafe zu erwarten. Ich finde es auch relativ sinnvoll, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es einfach Leute gibt, die müssen immer irgendwie wieder das Neue machen, damit sie auch nachweisen können, dass sie da sind. Das ist dann manchmal für den Fußball nicht gut. Du sagtest nämlich, für den Fußball ist Fußball. Bist du eher so ein Freund von dem ursprünglichen Fußball? Oder jetzt nehmen wir mal den Videobeweis gleich im ersten Spiel, gegen Darmstadt, letzte Minute oder letzte Minute nach Spielzeit ja schon. Man wartet da drei Minuten, vier Minuten darauf, was jetzt passiert. Ist das doch der Fußball, den du magst? Macht es den vielleicht sogar spannend in dem Moment? Also an sich finde ich den Video Schiri super. Aber diese Wartereien, du hast es gerade angesprochen, dann drei, vier Minuten auf die Entscheidung zu warten, das ist halt scheiße. Aber an sich finde ich es super, weil er den Fußball meiner Meinung nach gerechter machen sollte oder machen könnte. In der Vergangenheit gab es jetzt häufiger schon Fehlentscheidungen, wo sich jeder fragt, okay, wie kann das sein? Die gucken sich das zigmal am Bildschirm an und trotzdem entscheiden die dann irgendwie mysteriös und keiner kann es nachvollziehen. Aber generell finde ich es schon positiv, den Video Schiedsrichter zu haben. Aber immer wieder diese langen Wartezeiten, die sind natürlich dann, wir haben es selber erlebt jetzt, schon ätzend. Das ist dann schon irgendwie nervig. Aber wenn sie es so lange brauchen, brauchen sie es so lange. Welche Schuhfarbe hast du? Blau, glaube ich. Kann das sein? Im Moment habe ich, was ist das für eine Farbe? Lila. Lila? Ja, ist so Lila, Pink. Suchst du dir das aus oder kriegst du die gestellt? Und musst du die anziehen? Lila ist gestellt. Musst du die anziehen oder? Ja. Ja? Du darfst nicht sagen, ich ziehe keine lila Schuhe an, ich möchte schwarze oder? Ne, ich glaube. Also ich weiß, ich habe jetzt noch nicht probiert. Du nimmst was du. Mir ist das eigentlich scheißegal. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn ich sagen würde, okay, ich will den nicht tragen. Es gibt ja dann noch verschiedene Modelle. Dann gibt es ja noch den X zum Beispiel, der ist blau, blau-weiß. Das könnte man auf jeden Fall machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen könnte, okay, ich will den lila Schuh nicht tragen, mach den mir mal in schwarz und dann würden die mir den in schwarz herstellen. Das weiß ich jetzt nicht. Du nimmst, was da, was hinkommt und arbeitest mit dem, was da ist. Ja. Jetzt hast du aber das große Glück gehabt, glaube ich, dass du, als du hergekommen bist, schon den einen oder anderen kanntest hier beim HSV. Von der U-Nationalmannschaft kanntest du Kinzombie zum Beispiel noch. Du, Zier, glaube ich, auch. Ihr habt zu dritt in der Nationalmannschaft gespielt. Ja. Wen, wen kanntest du noch? Also klar, Hinterseer ist logisch. Ja, Heuer-Fernandes kannte ich noch aus Bochema-Zeiten. Stimmt, aber auch in Bochema. Ja. Wer ist noch gekommen? Leihwold kannte ich nicht. Bitte? Kannte ich nicht. Fein. So die neuen, Letchert, Everton? Nee, auch nicht. Auch noch nicht? Nee. Meiji, nee. Nee, ich glaube, sonst. Aber ihr habt schon eine relativ große Gemeinschaft so in der Truppe gefunden. Also ihr seid jetzt nicht nur auf dem Platz zusammen, sondern ihr macht auch drumherum mal was, oder? Ja, doch. Also ich würde gerne mal sagen, wir haben eine coole Stimmung in der Truppe. Das ist auch so, als ich hergekommen bin. War mein erster richtiger Wechsel im Profibereich. Vielleicht, dann weiß man ja nicht so wirklich, was kommt und man weiß nicht, was einen erwartet. Aber als ich dann da reinkam in die Kabine und so die ersten Tage, habe ich direkt gemerkt, boah, cool, die sind alle total offen, die haben mich super aufgenommen. Ja, es war auch so eine lockere Stimmung direkt von Anfang an und so eine positive Stimmung, dass es einem echt leicht gemacht hat, da reinzukommen und sich zu integrieren. Ja. Und habt ihr mit Dirk Bremse auch noch jemanden, der diese Stimmung, glaube ich, immer ganz gut mit anheizt? Das ist so der lockere Teil des Trainerteams. Dann hat man Bastian Schweinsteiger, der Junge, der Taktiker und dann hat man Dieter Hacking so als Chef. Also eigentlich so das gesamte Konstrukt, glaube ich, ist recht stimmig für euch jetzt im Moment, oder? Ja, also ich würde es auch sagen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass bei uns nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Natürlich wird dann auch mal ein anderer Wind in der Kabine, wenn es Sachen gibt, die nicht so passen, die dem Trainer-Team nicht so gefallen. In der Halbzeit gegen Bochum? Zum Beispiel. Aber ich glaube, das passt ganz gut im Moment. Oder bisher haben wir echt eine gute Stimmung da. Und ich glaube, auch mit der Causa Jata habt ihr ja nochmal gezeigt, dass die Mannschaft auch sehr eng zusammensteht. Also ohne, dass wir jetzt nochmal weiter darauf eingehen müssen. Ich glaube, darüber wurde inzwischen wirklich schon alles gesagt. Aber das hat, glaube ich, nochmal gezeigt, dass ihr als Team ganz gut funktioniert, oder? Ja, nicht nur als Team, sondern der ganze Verein. Also wir haben uns alle super gefreut über die Reaktionen des ganzen Vereins, aller Mitarbeiter, der Mannschaft, des Staffs, der Fans. Also das war echt eine coole Reaktion und hat wirklich diesen Zusammenhalt dann nochmal gezeigt. Also halten wir fest, eigentlich ist alles top. Aktuell, richtig? Würde ich so sagen, ja. Und was erwarten wir jetzt im nächsten Spiel in Karlsruhe? Ja, wir wollen gewinnen. Ja, da müsstest du nochmal jetzt ins Phrasenschwein zahlen für die Aussage. Ja, aber es ist ja so. Das ist klar, aber was für ein Spiel wird das? Karlsruhe, große Kerls, sehr standardstark? Ja, ich würde sagen, es ist ein dreckiges Zweitligaspiel auf jeden Fall. Wir haben viele robuste Spieler, spielen viel mit langen Bällen, haben einen riesen Stürmer da vorne drin, der die Bälle festmacht, der sie ablegt. Ja, da geht es dann darum, die zweiten Bälle zu gewinnen. Ja, da muss man auch mal kämpfen. Das wird ein unangenehmes Spiel, unangenehme Zweikämpfe warten darauf ein. Aber darauf muss man sich halt einstellen. Und wir wissen, dass das ein dreckiges und ekliges Spiel sein kann oder wird. Und ich glaube, wenn wir das auf den Platz bringen, dagegenhalten und auch dreckig spielen und dann nach vorne nur unsere Qualitäten ausspielen, dann können wir auch da gewinnen. Und dein persönliches Ziel, du warst ja eigentlich schon Zentimeter vor deinem ersten Tor für den HSV und dann kam der Kollege Handwerker dazwischen und haut ihn selber rein. Ja, der hat es mir nicht gegönnt. Nee, ne? Der hat es mir nicht gegönnt. Hat er dir die Nase gezeigt? Aber was ist dein Ziel? Hast du da, was das betrifft, irgendwie ein Ziel? Ich möchte 20 Mal zu Null spielen oder ich, was ist wichtiger? Zu Null spielen oder vorne helfen, Tore vorzubereiten? Zu Null spielen. Zu Null spielen. Ja, ich bin Verteidiger. Okay, und was ist nach vorne drin? Was erwarten wir? Was dürfen wir erwarten von dir? Wie viele Assists? Fangen wir damit mal an. Tore sind dann Bonus. Ja, Tore sind Bonus. Mit einer Zahl setze ich mich ja jetzt hier unter Druck. Wenn sie klein lässt. Ein paar Vorlagen. Ein paar Vorlagen. Wie viele hattest du letztes Jahr? Null. Null? Also mehr als letztes Jahr zu sagen können. Stimmt, das auf jeden Fall. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich letztes Jahr auch elf Spiele oder so als Innenverteidiger gemacht habe. Das hat doch nichts zu bedeuten. Kannst doch trotzdem Tore vorbereiten. Ja, im Solo-Lauf. Ja, so wie Rick das dann manchmal macht, so in den letzten 10 Minuten nochmal. Kannst da vorne sprinten. Ja. Nein, also mehr machen wir so. Genau, das ist doch ein Kompromiss. Mehr als letztes Jahr. Ja, das ist jetzt super. Und ich bin mir sicher, da schaffst du die Wette, da würde ich nicht gegen angehen. Ja. Aber wir können auch trotzdem eine Wette machen. Ich sage, du machst keine drei Tore. Bis zwei habe ich. Ich habe in den letzten drei Jahren ein Tor gemacht und du sagst, ich mache die Saison drei Tore. Okay, das ist gemein. Okay, dann machen wir. Ja, nee, zwei ist so wenig, oder? Kann man zwei machen? Ich sage, okay. Dann sage ich, du schaffst keine zwei Tore. Bei zwei Toren muss ich dich zum Essen einladen. Bei weniger? Ja, was passiert? Bei weniger machen wir es. Bei weniger hängen wir dein Trikot hier mit an die Ahnen. Okay, das machen wir. Ist das ein Deal? Ja, mein Trikot kann gerne neben dem vom Son hängen. Eugen Minson, daneben hängt noch Ali Alberts. Also das sieht man jetzt zwar nicht so, aber Ali Alberts. Also da sind und die ganz Großen der Außenbahnen. Ja, da kann man jetzt sehr gerne hängen. Ja, ne? Ja, doch. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir. Ich drücke dir die Daumen, dass die Saison gut verläuft. Vor allem, dass du gesund bleibst, dass du weiter deine nächsten Schritte hier in Hamburg gehen kannst. Und nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Euch allen natürlich auch. Vielen, vielen. Ja, wir können auch Gewinner ziehen. Ach, Mist. Stimmt. Siehst du, von wegen. Wir wetten nur unter uns hier. Nein, wir können auch Gewinner ziehen. Es gibt tatsächlich ein paar Leute, die das Spiel gegen Bochum richtig getippt haben. Das sind aber nicht so viele diesmal, ne? Das ist ja erstaunlich wenig. Aber da darfst du einen ziehen, der einen Gutschein gewinnt bei unserem Griechen, bei Lust auf Griechenland. Markus Soltau. Markus Soltau von Instagram. Ich halte das einmal in die Kamera, damit die Kamera das einmal sehen kann. Hier, Markus Soltau über Instagram. Ja, Markus, herzlichen Glückwunsch. Du hast einen 50-Euro-Gutschein bei Lust auf Griechenland gewonnen, dem besten Griechen hier in Hamburg. Das kann man einfach mal so festhalten. Und da würde ich auch dich hin einladen, wenn du denn deine zwei Tore schaffst. Ja, sehr gerne. Griechenland mag ich. Ansonsten hängen wir das Trikot hier an die Wand. Oder wir machen bei, wir kriegen schon den Affiliate. Ja, wir machen das schon. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Bleibt gesund. Eine gute Saison wünsche ich dir. Danke schön. Euch einen wünsche ich noch einen schönen Abend und wir melden uns dann morgen früh mit dem Morniköl wieder bei euch. Bis dahin. Macht's gut. Ja, vielen Dank.